Hallo und herzlich willkommen bei Loreline.de. Mein Name ist Eggless. Wir machen den Erfolg fleischloser Mörder. Dafür müssen wir im dritten Rang vom spießroten Lauf der Königin gegen Struwe und Mampa antreten. Aber Mampa darf kein Stück Fleisch essen. Das heißt, wir wählen ihn aus. Das haben wir hier bei der Kampfausrichterin gemacht. Zirkusdirektor. Yo, wir gehen direkt rein. Ich in meinem Fall drück gleich mal V für Diebesgilde. Ja, ich habe das ein bisschen komisch gelegt, aber... Und jetzt verprügeln wir Mampa. So, Mampa dürfte jetzt kein Stück Fleisch bekommen haben, weil ich es weggefuttert habe vor ihm. Und jetzt gehen wir auf Struga. Struga bekommt, wenn wir Mampa zuerst getötet haben. Einen Diebe... äh... eine Keule, die ein bisschen mehr Schaden macht. Aber das sollte kein Problem sein, wenn ich mich nicht täusche. So, Fleischloser Mörder. Abgeschlossen. 10 Erfolgspunkte auf euer Konto. 10 Erfolgspunkte auf mein Konto. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen. Like genommen, die nicht vergessen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Video. 10 Erfolgspunkte auf mein Konto. 7 7 7 10 10 11